An der Westwand ist das jüngste Gericht zu sehen, beim Ausgang als letzten Eindruck, bevor man die Kirche verlässt. Hinter der Orgel nun zu sehen in der Übermalung von Karl Jauslin von 1884. Am jüngsten Tag werden die Leute gerichtet. Hier haben wir die Guten, die von Petrus angeführt in den Himmel ziehen dürfen. Petrus mit dem Schlüssel in der Hand, die Gesichter ganz typisch 19. Jahrhundert in der Übermalung von Karl Jauslin. Karl Jauslin hat Strich auf Strich übermalt. Das sieht man sehr schön hier bei diesem Quadrat. Da ist die ursprüngliche Malerei hervorgeholt worden. Wer beim jüngsten Gericht in den Höllen rachen muss, kann man hier sehr schön und eindrücklich sehen. Der Höllen rachen mit den spitzen Zähnen, den gefährlichen schwarzen Teufeln und die Verurteilten hier nun im Höllenfeuer schmachtend. Der Höllen rachen mit den spitzen Zähnen und die Verurteilten hier nun im Höllenfeuer schmachtend.